Von Madras aus geht es per Flieger nach Singapur. Von da aus durch ganz Malaysia durch. Ostküste, tropischen Regenwald, Westküste. Nach Krabi und Phuket, hoch nach Bangkok. Ins goldene Dreieck, zurück über Bangkok und Kosovo nach Singapur. Nach Indonesien, durch Java und über Bali nach Timor. Und dann weiter nach Australien. Und dann weiter nach Australien.